jo leute und willkommen zu einer neuen folge von minecraft ja hier ist mein haus und mein freund müsste auch gleich auch gleich auftauchen ich weiß gerade nicht wo er bleibt wo bist du nein ich bin hier bei meinem haus na ich war auf dem baum wo bist du ja und ich meine wo bist du ich sehe dich ich sehe dich okay komm hoch ich sehe dich ich komme warte das könnte ein bisschen blöd ausgehen aber du bist nicht wo mein haus ist ja wirklich okay ich bin bei dir hoi hä wo bist du jetzt du sneaks also oh moin nein andere seite ja hier lang hier folgt mir okay bis konnte mir ja bist ja gut man ja danke dass du im vortritt genommen hast hallo es geht gerade nicht hoch okay okay dann probiere ich mal ja okay auf a2 geht es ja von oben ist müsstest du es eigentlich sehen da hinten müsste es sein da so da so hinten wo das sind die richtung also ich glaube es ist da hinten naja um im aussicht zu haben in rettung süden müsste eigentlich wo bist du wo bist du na hinter dir auf dem baum ich probiere gerade auf sich zu halten äh apropos wo ist denn der fackelturm ich weiß nicht ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe okay also eben kurz hier auf dem berg hoch ich sehe schon mal vorher okay okay also ich weiß wo es ist ich weiß jetzt wirklich wo es ist komm mit kommst du naja unter naturgarten ok und daran muss es jetzt wirklich sein auch hier folgt mir und muss hier so eine greif schlucht sein sei jetzt mal ja also hier sind wir zu hoch da so lang ok leute nun mal zur info kelly nimmt heute nicht auf ok gut ist gut ist gut wo bist du gerade ja und da ist es aber das haus habe ich wirklich ohne schieten sei jetzt mal gebaut das zeugt hier diese blöcke die muss ich ja bin gesetzt so bitte was ist gefährlich was naja okay dann lieber nicht aufs bett hoch ok dann kannst du ja ich hatte hier eigentlich die müssten wir wo bist du hast du bist rausgegangen ähm ich grab mal hier irgendwo bist du gespawnt kein haus da ist kaum was drin ja ich habe bäume abgefüllt weil die in der nähe standen ja und wir bräuchten mal fackeln und ich guck ähm ich guck zum beweis hier sind also immer im inventar bloß die fackeln habe ich dann noch in kreativ gesetzt weil ich habe ja gerade wirklich keine fackeln ja aber ich habe keine kohle dann machst du die holzkohle dann machst du die holzkohle ja gut dann denkst du was ich gerade mache hallo oh ähm holz unten holz hast du stein wisst ihr wie ekelhaft das ist ich mag es einfach ähm so ok die holzkohle kommt ähm sag mal eine frage hast du stein stein ja ich packe mal drei stücke in die kiste ok warte kurz oh äh warte mal ey ina muss ich oben noch nein ok mehr kann ich eigentlich kaum noch verbrennen komm schon ok ey das muss ja noch für die holzkohle ausreichen ja reicht noch aus oh so gut ähm dann werkelbank brauche ich nochmal quater ich müsste ähm hast du irgendwo so einem reichen drei gut gut ähm hast du irgendwo noch holz nein ich geh draußen abbauen ne ich geh ich geh ich geh ich geh jetzt nicht holen weil ich einen stein äh steinax habe und das geh ich holz holen sollt mir eine achse machen weißt du ich muss mitkommen warum um eine stein ähm spitzhacke zu machen ok wir müssen dann auch ähm noch die zwei komm her komm her danke ähm Ich habe in der Welt gefunden, da schweben voll die Inseln. Ich habe ja auch schon gefunden. Hallo? Oh, ich sneak hier. Okay, wo ist die Spitzhacke? Ich kann keine Steinspitzhacke herstellen. Warum? Wieso nicht, warum? Hast du drei Steine? Du brauchst drei Steine? Ja, deswegen ja. Aber ein drittes habe ich nicht. Ich muss noch mal schnell den Bruchstein abwunden gehen hier oben. Ja, aber hier ist ein schöner Bruchstein und den schnappe ich mir gerade. Und sicherheitshalber nehme ich noch ein bisschen mehr Bruchstein mit. Und apropos Musik, wir haben noch ein bisschen zur Entspannung Radio angemacht. Und leider kommt gerade hier beim Radio so eine behinderte Musik. Das ist wirklich ganz ehrlich. Auf Antenne Düsseldorf. Das ist richtig in Bayern Musik. Ja. Was die Bayern wirklich sagen. Ja. 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 Stopp mal kurz. Achso. Okay. Ich habe Fleisch. Gut. Ähm, ich tue schnell rösten oder braten und dann packe ich es in die Kiste. Ich habe mal eine Frage. Ein Schietmotor? Nein. Doch. Ohne Monster, ne? Ja, stimmt. Aber wir können es doch erstmal so lassen. Ja. Machen wir eine Vorbereitungszeit oder schon mal wieder umstellen? Ja. Und fünf Minuten kann ich jetzt noch aufnehmen. Spätestens, ähm, mindestens vier. Was? Ähm, maximal vier Minuten kann ich jetzt noch aufnehmen. Oh. Hallo. 15 Minuten. Achso. Ja, das finde ich immer blöd, weil wir wissen echt nicht, wie man sich bei, ähm, YouTube da bei Google, ähm, registriert, oder? Na gut. Wir wissen es schon. Aber dann brauchen wir doch so ein blödes Passwort. Ja, und dann brauchen wir so ein Passwort. Und vielleicht könnt ihr ein paar Tipps geben, wie, ähm, wir es machen können. Und schreibt es in die Kommentare bitte, die Tipps. Ja, sag ich mal ganz ehrlich, die Kommentare sind nicht dazu, ähm. Zum Beleidigen. Ja. Ja. Sonst da was. Ja. Weil, weil, weil ich dann dann, selbst bei mir ist das so, da, da schreiben die Leute, hör auf mit YouTube. Ja. Mhm. Und. Also, das macht. Ja. Das könnt ihr nicht knicken, ganz ehrlich. Mhm. Ja, also, da sag ich jetzt mal ehrlich, also, also, wir hatten, wir hatten, ähm, ähm, ja, der hieß irgendwie YouTube HD oder sowas, ähm, hm, der hat hier, ähm, in die Kommentare geschrieben, schlecht, du Huhnsohn. Und, ja, und das finde ich halt nicht in Ordnung, also, den kann man hier melden. Ähm, 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 und ein anderer hat sich dann auch gerecht und hat dann auch geschrieben, ich bin dumm und ich soll keinen YouTube-Kanal haben und sowas und bla bla bla. Und das finde ich dann echt nicht schön, dass so eine Leute sowas schreiben. Ähm, also, die sollte man einsperren. Ich sperre ihn genauso. Ich sperre ihn genauso. Ja. Äh, und, ähm, übrigens, ähm, der innen, der das geschreibt hat, der ist auch nicht grad besser. Boah. Scheiß-Belker-Gruppe. Was? Scheiß-Belker-Gruppe. Na ja, die tun hier ja gerade schreiben. Ja, das finde ich auch blöd. Gut. Okay, dann tue ich mal schnell mal. Zacka. So, und dann ab zur Mine. Ah, hier habe ich ja schon angefangen. Äh, äh, und Fackeln natürlich noch. Ähm, machst du grad Fackeln? Ja. Ich brauche noch Holz. Achso, ich muss ja noch Holz abbauen. Hab ich ja... Ja, ähm, hier, okay, ähm, dann, ich, ähm, ich geb dir dieses, ähm, Holzkohle und du tust in der Zeit. Hallo? So, geht auch. So, ähm, jetzt hast du die Holzkohle. Warte, gibt's hier die Blende? Zwei Fackeln. Zwei Fackeln. Geht ja. Danke. Ja, jetzt war ein bisschen sinnlos, aber damit man erkennt, dass das hier die Mine ist. So. So. Dann die Mine. Wuuu. So, und dann weiter. Und da haben wir einen Gina Merkel getroffen auf der Autobahn. Ja, Leute. Und ich würde dann auch langsam schon wieder sagen, tschau mal die Zeit hier für uns nicht beleidigen also die kommentare zu beleidigen und kenne wird noch was bei meinem kanal